Siehst du, wer ich bin, was in mir steckt? Wieso hab ich nur geglaubt, dass wir nur eine Farbe haben? Regenbogen. Man kann ihn sehen, wenn gleichzeitig die Sonne scheint und es regnet. Was für ein Naturschauspiel. Aber siehst du den Regenbogen auch manchmal in deinem Alltag? Wenn dir von Freunden oder vielleicht sogar ganz fremden Menschen bei etwas geholfen wird, du gemeinsam mit anderen lachst, wenn du so sein kannst, wie du willst, wenn du merkst, da liegt eine bunte Stimmung in der Luft. Das sind meine Farben. Wir von Kulturrausch sind gespannt, wie du diese Regenbogenmomente aus deinem Alltag auf Papier bringen kannst. Ob Wasserfarben, Wachsmalschifte, Acrylfarben oder oder oder. Schnapp dir deine liebsten Malgeräte und schick uns bis zum 31. Dezember dein Bild. Natürlich kannst du auch gemeinsam mit deiner Familie, Freunden und Freundinnen oder deiner Schulklasse an einem Kunstwerk arbeiten. Auf die Gewinner warten ganz tolle Preise. Und pssst, das Wissenschaftsmärchen Das Geheimnis hinter dem Regenbogen gibt es als Bilderbuch und Hörbuch. So kannst du mit Maxi aus dem Märchen dein Regenbogengeheimnis lüften. Für Eltern und Pädagoginnen gibt es Bildungsmaterial dazu. Also auf geht's, wir kennen Farbe mit uns. Orange, Blau, Grün und Violett Regenbogen So einzigartig stark, wie ich jetzt bin Weiß ich, dass alles mit mir stimmt Weiß ich, dass alles mit mir stimmt Ich bin